Nachdenkseiten. Die kritische Website. NATO-Osterweiterung. Ein kurzer Moment deutscher Eigenwilligkeit. Ein Artikel von Irmtraut Gutschke. Mary-Elise Zerot enthüllt in ihrem Buch »Nicht einen Schritt weiter nach Osten«, bisher wenig bekannte Hintergründe der NATO-Osterweiterung. Die US-amerikanische Historikerin folgt dabei den Akteuren von einst. Das ist teilweise spannend wie ein Krimi. Eigentlich bewegt sich die Autorin in Kreisen, die Russland nicht gerade freundlich gesonnen sind. So möge man sich nicht wundern, wenn Zerot bemüht ist, die US-Politik zu verteidigen. Analytisch aber liefert sie Begründungen, wie die USA zu der heute so gefährlichen Situation beigetragen haben. Wie Mikhail Gorbatschow den Kalten Krieg beenden wollte und scheiterte. Wie das Ende der UdSSR von der US-Administration als Sieg verstanden wurde, als Aufforderung, den eigenen Machtbereich immer weiter nach Osten auszudehnen. Und wie die heutige verfahrene Situation sich aus Entscheidungen von einst erklärt, das wird von Zerot dargelegt. Zitat 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 Zitat